moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge seven days to die ja ich bin in der zwischenzeit ordentlich tätig geworden habe uns hier so weit häuslich eingerichtet die kisten die auch schon mal entfernt die tore und so weiter den schutz außenrum das müssen wir noch ich bin hier unten schon mal soweit ich konnte schon mal ein bisschen mit stahl aufwertung angefangen ja dann zeige ich euch einmal hier hier schmieden platziert eine ist noch in der holle bis die schmilzt noch ich glaube blei aus hier bin ich jetzt am eisen messing und noch mal eisen am einschmelzen papier die beiden mischer hingestellt in einen aus der horde base den anderen aus der zwischenbase so dann habe ich hier hinter dieser tür die nicht kaputt gegangen ist die beiden ja ich habe die kleinen kisten dahinter platziert weil die großen wenn man das schließt die schimmern durch das sieht blöd aus da habe ich jetzt zwei händler kisten eingerichtet das ist auch ein gutes stichwort wir haben hier noch dinge nicht gemeinsam geöffnet beziehungsweise gelesen das machen wir als allererstes zwei handfeuerwaffen dann haben wir hier und das könnte uns wahrscheinlich helfen für unsere home base verteidigung maschinenpistolen schützturm sehr schön mit 600 muni und dann haben wir hier noch ein dartfallen paket das werden wir hier wahrscheinlich nicht gebrauchen schauen wir mal so dann haben wir hier noch zwei schatzkarten die würde ich auch direkt hier einmal lesen wollen wann wir sie machen ist ja uns überlassen so dann hatten wir hier die sechs bücher können direkt veräußern dann habe ich hier werkstatt und lager soweit eingerichtet bei den schmieden natürlich das gelagert was wir dort überwiegend brauchen so bauteile die darts gegebenenfalls mit rüber nehmen ja sag schon chemiestation werkbank und hier überwiegend die materialien die wir zum basteln benötigen den habe ich jetzt noch mal außen vor gelassen ich habe noch ideen mit dem keller aber das gucken wir uns dann noch mal an ja ansonsten habe ich hier aus der waschküche unser munitionslager gemacht hier schon mal schrot heitbauer schrotpanzer und das für alle anderen kollegen auch so was wir gerade bekommen haben war 9 mm das können wir hier direkt reinschmeißen ja dann habe ich jetzt erstmal mineralwasser zwischen gelagert habe hier unten aus der bar das ganze so weit eingerichtet dass wir uns hier um getränke kümmern ich habe auch die geschädigten schränke alle so weit also die die nicht zum gluten waren die habe ich ausgetauscht so dass wir jetzt was dann lagern können so habt dann hier schon mal eisentüren reingesetzt die kriege ich leider nur so rum ansonsten steht sie hier oder hier gewöhnungssache geht genau darum dass da niemand rein rennt so da habe ich erstmal nichts weiter gemacht ich habe dann hier in dieser nische auch die türen gelassen die kleinen boxen reingesetzt da haben jetzt die ganzen erste hilfe materialien drin soweit wir halt haben so küche hatte ich euch glaube ich schon gezeigt da bin ich auch bei gegangen und habe alle beschädigten schränke ausgetauscht so dass wir da jetzt auch überall lagern können unser feuer natürlich hier platziert so und dann habe ich draußen ja die bete die betonbeete soweit um bis zu nebeln habe ich angemalt alles klar da zweimal hopfen hier habe ich kürbis und jucca dann habe ich hier drei tausammler aufgestellt die stehen natürlich alle außerhalb des gebietsschutz blogs blog ist aber ich habe jetzt eigentlich nicht vor die da wieder zu entfernen so die drei bete das waren auch schon bete wo die kakteen drin waren da habe ich jetzt meist eingepflanzt dann habe ich das gemacht ich habe 5000 aufgestellt so hier habe ich heidelbeeren kartoffeln kaffee angepflanzt das war es glaube ich auf dieser seite fast ja ich werde hier irgendwann auch mal im schlaf durchlaufen machen momentan dauert es noch so dann habe ich hier in den raum hier muss natürlich auch eine tür rein habe ich hier die saatgut kiste aufgestellt hier bin ich mir nicht sicher ob wir das noch gemeinsam gemacht haben hier dreimal aloe hier habe ich chrysanthem und goldruten gepflanzt so dass wir meiner meinung nach jetzt alles bis auf pilze gepflanzt haben bei den pilzen bin ich mir noch nicht sicher nur zwei sporen aktuell ob ich das an der wand irgendwo mache oder ob ich da auch doch noch beete machen müssen wir mal schauen gut soweit bin ich hier fortgeschritten ja ich habe hier hinten mal lustigerweise eben ein landen können wir hier aber starten wird wohl eher ein bisschen schwierig den tragschrauber soweit platziert ja ich würde mich jetzt aber erst einmal den ich euch hier auf den neuesten stand gebracht habe ich glaube oben habe ich noch eine sache gemacht moment das war in dem büro hier habe ich den tresor solange wir das drin lassen können wir den auch hier benutzen da habe ich jetzt mal unsere chance reingebastelt den habe ich noch mal gelassen weil wenn ich den rest das eine alte ist aber die bücher verschwinden glaube ich wenn ich das öffne sei es drum ja hier werde ich noch schließen da möchte ich ja deswegen habe ich auch hier die türen auf jeder etage aufgeschlagen von hier und zum treppenhaus rein basteln ja und hier habe ich dann jetzt einfach mal den im master bedroom den schlafsack platziert mehr habe ich hier meiner meinung nach oder habe ich hier schon doch hier müsste ich schon kleidung reingesteckt haben die ich mitgebracht davon drüben gut jetzt aber lange rede kurzer sinn wir wollen natürlich weiter questen ja mit den pilzen überlege ich mir noch mal so drohne da ich ja letztes mal ohne dich klarkommen musste wie bist du ausgestattet ist klar meine munition die dat kollegen die schmeiß ich auch wenn ich mich wahrscheinlich nicht daran erinnern werde ich schmeiße jetzt mal hier rein die nehmen wir mit rüber zur nächsten orde nacht ja dann machen wir uns jetzt einmal zu jen fest tausch die tore will ich natürlich auch noch alle elektrisch umbauen naja bei jen sind es jetzt noch drei stufe 5 quest dann sind wir bei ihr auch durch diesen weiten weg nicht mehr dann hatte ich ja schon gesagt da wir uns jetzt bei bob bereit gemacht haben werden wir also bei bob dann die ich bring ihn auf stufe 5 mission bei ihm dann fortsetzen ja ich hätte noch ewig weiter basteln können das mit den türen mit den toren mit den aufwerten der der gartenmauer grenzmauer wie auch immer wie sie nennen wollen aber ich dachte mir dann 154 schon wieder hohe ich jetzt erst mal wieder mit rein ich möchte hier noch nicht dass eine aufnahmesession nur noch so den nächsten besteht ja hier habe ich den weg auch überall vollständig frei gemacht dass wir hier keine hindernisse mehr im weg haben hey mutti ist hier auch schon so lange am rumkasten die hier lösen wir glaube ich erst mal mutti hier na endlich so dann schauen wir noch mal was es nettes für uns gibt ja restock habe ich jetzt nicht darauf geachtet das gucken wir so wir kriegen ein 6er stahlhelm eine 4er machete 6er nagel pistole brauchen wir alles nicht den baumplan kennen wir schon sozusagen wir nehmen mal einmal die muni 18 vibon ja ist ja meine Neue Aufgabe, bitte. Alter, Verwalter, sind die Dinger alle weit weg. 1,3 West, 1,4 West, das ist alles bei Bob. 1,9 Süd ist, glaube ich, eher in unserer alten City. Wir gucken mal, das ist immer noch das Gefängnis. Das möchte ich nicht schon wieder machen. Das ist ein Mortician-Haus, weiß ich jetzt nicht. 2-Bit-Tower? Was war der 2-Bit-Tower noch? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Das ist ja die andere, große... Higashi, ne, den muss ich jetzt... Entschuldigung, erste Folge dieser Aufnahmesession, da brauche ich den jetzt nicht. Wir gucken mal eben, was das hier ist, wenn wir es doch schon kennen, dann wechseln wir das. Hm. Ich glaube, das ist das Haus, wo wir an der Seite mit dem... Hier an diesem Rankengitter hochgehen, ne? Nee. Möchte ich nicht schon wieder machen. Wo kann ich abbrechen? Es entfernen, jawohl. Gib mir mal was anderes. Dann nehmen wir Two-Bit-Tower. Ich bin mir zwar gerade nicht sicher, was es ist. Schauen wir mal. Fahren oder fliegen? Ich würde sagen, wir machen einen Mittelweg. Ich fahre dahin, weil ich jetzt keinen Bock habe, nochmal zurück zum Copter zu fahren. Schneid uns den Weg aber und wir sehen uns dann am Two-Bit-Tower wieder. Bis gleich. Ja, da wären wir. Jetzt, wo ich es sehe, weiß ich auch wieder, was es ist. Aber nichtsdestotrotz, ich fahre jetzt ja nicht nochmal wieder hin und zurück. Ich würde sagen, auf in den Kampf. Nehmen wir schon mal mit. So, war was? Wo seid ihr? Ne? Spawnt ihr mir gleich auf dem Gesicht, oder? Zwei nur? Okay. Was soll ich sagen? Ich habe doch den Kopf gehört. Wo ist er denn? Ja, über die Schulter gespuckt, ey. Du hast sie doch nicht alle. So, da kommen die Gebrüder. Jetzt er. Er ist nicht tot. Schürfwunde und infiziert. Ja, herzlichen Dank. So, ich bin mir nicht sicher, ob hier unten einer drin war. Wir schauen mal. Ich meine aber von Google. Ein halber Zimmer. Ne, da ist noch einer. Ja. Okay. Da war's, aber ich sehe nichts. Da ist hier noch niemand drin, ne? War hier unten jemand? Lieber nachschauen, sonst suchen wir die nachher. Tatsache. Ach Gott. Arnix Schuss. Das klingt nach jemand von außerhalb. Was hast du jetzt geladen? Das ist ja der Vorteil von den Ladebocklern. Du merkst gleich, wo hier gegebenenfalls was auf dich warten könnte. Ja. Das kennen wir ja schon. Was hast du jetzt geladen? Das geht besser. Aber gut. Das geht besser. Das geht besser. Das war's. Das geht besser. Das geht besser. Das geht besser. Du bist auch nicht hin. Okay. Du bist auch nicht hin. Ich würde aber sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Morgen geht's nahtlos an dieser Stelle hier weiter. Ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin. Ich bedanke mich immer wieder. Ich bedanke mich immer wieder. Ich bedanke mich immer wieder. Ich bedanke mich immer wieder.